Ja, Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines... Okay, meines Let's Plays von Battlefield 5. Wir spielen immer noch Durchbruch. Okay, dieser müssen wir verteidigen, tatsächlich. Okay. Okay. Letzte Folge haben wir ja auf einer anderen Map angegriffen. Jetzt sehen wir das mal von der anderen Seite. Oh, da sind ein Gegner drauf. Ist er noch da drin? Ah, da ist er noch da drin. Fuck. Hier ist ich da... Der ist immer noch da drin. Wieso holt denn da keiner raus? Der ist immer noch da drin. Okay. Das kann doch nicht sein, dass er immer noch da drin ist. Das ist doch Wahnsinn. Keine Sorge, ich helfe dir! Erste Hilfe! Zurück ins Kampfgebiet, Soldat! Sofort! Hier, erste Hilfe! Erste Hilfe! Greif zu! Ich hab ne Bamse für Sie! Könnt ihr einen Nachschubbehältner abwerfen? Der Senzemann war da. Die Sprüche, die die immer reißen. Oh Gott! Stationäre Deckungskillhilfe. Erste Barrikadenkillhilfe. Okay. Ich hab ne Granate für Sie! Soldat! Du wirst auf dem Schlaffeld gebraucht! Ja, äh... Passiert denn grad nicht so viel? Was soll ich denn machen? Ich kann in der Ecke stehen und Medikits werfen. Warum du dich jetzt umgebracht hast, werde ich nie gefahren. Äh... Hätte wieder hingestellt, Junge. Ja, äh... Oh, da kommen welche. Wir wollen ihre Sprengladungen! Ah... Ja, natürlich erwischt ich mich! 50 G... äh... 50 eigene Leute um mich drumherum und wen erwischt's? Muuuuh! Warum stellen mich meine eigenen Leute nicht hin? Können wir das mal erklären? Alter! Willst du mich verarschen? Ey, das ist so richtig mieses Teamplay. Au! Au! Was zum Teufel? Äh... Panzerfaust! Ja, klar! Wenn man keinen Skill hat, schießt man irgendwo durch die ganze Zeit mit der Panzerfaust einfach rein. Ich schaue mal! Ich sterbe! Helm mir! Oh! Ich habe hier gespawnt. Guck mal, ich habe zum Beispiel keinen... kein Skill! Kann mir... jemand... helfen? Komm mal, ich bin... Ich bin... ... Oh, er hat es auch gesagt. Okay, die werden jetzt alle bei B sein und dann werden die ganzen Gegner hier zu uns rüberkommen. Okay, was macht man jetzt hier? Angreifen da drüben mit meiner Waffe brauche ich da nicht wirklich. Ich habe eine Granate für Sie. Da meint es aber jemand richtig ernst, ey. Okay. Äh, Fehler. Ich stelle dich wieder hin. Schnell, ich brauche mir Munition. Ich bin getroffen, ich brauche die Täter. Äh, wir haben noch 10 Minuten Zeit und 130 Leben. Ich brauche mir Munition. Begonnition! Wir haben viel Daten unter Kontrolle gebracht. Ich habe genug. Wir haben... Das steht, Alter. Los, gehen wir! Okay. Das ist ein bisschen lehm. Ich mache immer meinen Job. Alter, ich konnte ihn nicht wieder überleben. Das ist ein bisschen lehm. Fuck. Da ist ein Sniper unterwegs. Es gibt extrem viele Sniper auf der Map. Aber es macht Spaß. Auch wenn ich gerade extrem müde bin und es extrem anstrengend ist. Ganz viel extrem. Fuck. Louis Gunn. Habe ich schon... Habe ich schon gehört. Da wollte der King mich mal... Da Dave mich mal hinstellen. Tödliche Wunde. Nein! Okay. Ich blute! Ich blute! Hilf mir! Ich blute! Ganz ruhig! Das wird schon wieder. Pass auf! Richtig, steig! Erste Hilfe! Hier! Halt still! Das haben wir gleich! Scheiße! Scheiße! Hälfte! Hälfte! Jetzt schuldig dir! Aber auch sowas von... Mindestens ein Eis. Ah! Da war der Sniper! Das war ein Fehler! Komm! Ich bin ein Kampfsanitäter! Da ist Sniper! Oh! Ja! Renn über die weiße Fläche! Ich bin ein Kampfsanitäter! Ja! Ich bin ein Kampfsanitäter! Ja! Ich werde dich jetzt nicht wegwecken! Dort hol ich dich jetzt nicht wieder. Zeug ist nicht nach, Alter! Hole! Wenn ihr uns hilft! ganze steine sind alle ganze steine sind alle außerhalb der der menschen gilt gott sei danklich nochmals tot das sind extrem intensive runden wie gesagt ich bin leider gerade ein bisschen müde das könnte ich mich da besser darauf konzentrieren ich werde deswegen eine pause machen ich habe jetzt mal zwei folgen aufgenommen wir werden dann natürlich noch ein bisschen mehr machen in den nächsten tagen und ja hat spaß gemacht liebe leute wenn es euch genauso gefallen hat schreibt mir die kommentare gebt mir daumen nach oben und ich hoffe wir sehen uns ja dann zur nächsten folge wieder bis dann ciao ja